Hey YouTube, ich bin euer Marcel Zürcher. Jetzt kommt ein Infovideo, dass ich eine neue Serie mache über das Sommerschwein. Sehst du das? Da kommst du vor. Dann nochmal und nochmal. Ja, das ist das neue Projekt. Ich mache das selber. Trinkt so ein mieses-Suppe-Schwein. Ja, ich weiß, die zeigen wir es nicht so gut, aber ja. Was soll ich machen? Ja, was soll ich über das? Ich mache vorher noch ein Intro über das hier. Das ist super schön. Ja, ich weiß. Sie sind... Zeiglich sehr. Ja. Ne, boah, nicht dazu gehören. Ich mache das Intro. Jetzt neu. Nein, Spaß. Dann... Ciao. Und... Tschüss. Tschüss. Das ist so... Das ist so... Ich hab's nur noch gemacht. Ich war egel. Das ist so beschwörend. Es kommt. 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 Let's goooooooood! Let's goooooooood! Das war ja schon gut! Das war ja schon gut! Demnächst auf Youtube! Mein neues Projekt! Jo, bis gleich! Oh ja! Schau! Bittl! Lass ich aus! Ich lasse es bitte einfach so groß wie es ist! Und ja so! Jo! Wie! Was! Man! Was! Du hast niemand! Ich weiß nicht! Und voll viel Bittl! Ja! Das kann so sein! Aber egal! Geil! Oh ja! Bist du voll heiß? Ich weiß nicht! Weil das... Das YouTube-Schwein! Nein! Das Superschwein! Das ist zum Punkt zum Helden Taten! Und bekämpft das Böse! Ja! Aber im Karton! Ich werde noch viel dazu machen! Ja! Ähm... Was war noch? Ja! Ich werde... ein... zwei Jahre Sauber machen! Mit so Info! Demnächst auf YouTube! Das... Superschauen! Dann mache ich das... Dann mache ich das... zwei Jahre Sauber! Wie ich es schon... noch nie... bekannt... hab... Ja! Ich meine... Ja! Ist doch egal! Ein bisschen Spaß! Arbeit! Was soll ich denn da machen? Machen! 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 Also jetzt echt... Machst du zum... Das wird wohl gut! Nee! Ich mach... Alles wäre oder so... Ich weiß noch nie... Konkret... Es wird da... Ja... Es wird Zeit einfach... Naja! Naja! Äh... Ja! Ich weiß noch so viel grad! Ich weiß nicht! Ist jetzt... Gerinnert? Vielleicht! Vielleicht gerinnert! Gerinnert! Aber... Was soll ich machen? Oh! Dazu gibt's nichts mehr zu sagen... Dass ich... Zwei-Jahres-Arbeit mache... Und... Hm... Am Samstag... Am Sonntag... Am Sonntag kommt's vielleicht hoch... Hoch... Nein, die ist hoch... Meint ich... Es kommt hoch... Hoch oben... Hoch... Unter... Aaaaaah... Nein... Doch! Nee... Doch! Wieso? Weiß ich nicht... Ha... 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 He... Was das? Was? Was? Das? Nein? Das? Alter, jetzt kann ich so aufhören, bitte. Mhm, ganz sicher. Also da. Tschüssi, kommst du? Tschüssi, so, 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 so. Und tschüss. Ciao. Und ja noch was, nein. Doch. Ja, ich erkläre es nochmal für Vollidioten. Ich mache erstens ein Zwei-Jahres-Abo, dass ich zwei Jahre auf YouTube bin. Ja, mein erstes Willkommen. Ach egal, ich erkläre es auch nicht. Wenn ich das Jahres-Abo und am Sonntag kommt es auf YouTube. Das verspreche ich dir. Oder auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Weißt du es? Nein. Wer soll das noch wissen? Wann das Video hoch kommt. Es kommt hoch. Hoch oben. Hoch. Nein, Spaß. Und zweitens ist die Serie von Superschwein. Weiß ich auch noch nicht. Konkretes. Schaut Schasse aus. Es wird Schasse. Das kann ich nicht. Nein, ich weiß nicht. Egal. Dreh jetzt ab. Ok. Tschüss. 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 Tschüss.